Hallo und herzlich willkommen auf meinem DIY Kanal. Ich bin Lisa und zeige dir heute eine einfache Herbstdeko aus lufttrocknender Modelliermasse. Für dieses einfache Herbst DIY benötigst du lufttrocknende Modelliermasse, ein Nudelholz und Schneidebrett, ein kleines Messer Herbstblätter, die du gesammelt hast und die sollten nicht zu getrocknet sein und noch möglichst blatt und gerade, eine kleine Schüssel mit Wasser, Schalen in verschiedenen Größen, Acrylfarbe und Pinsel und optional, wenn du die Blätter aufhängen möchtest, einen Zahnstocher oder auch einen Schutzlack. Lufttrocknender Ton trocknet, wie der Name schon sagt, an der Luft aus, daher nimm immer nur ein kleines Stück, das du jetzt für dein DIY benutzt und verpacke den Rest der Masse gut und luftdicht, damit sie dir nicht austrocknet. Mit einem Wellholz rolle ich jetzt meinen gekneteten Ton hier flach. Ihr solltet ungefähr eine dicke, eine gleichmäßige Dicke von 3 bis maximal 5 mm erreichen. Nimm nun das Blatt deiner Wahl und leg es mit der Aderung zum Ton hin auf. Anschließend benutzt du erneut das Nudelholz und rollst gleichmäßig über das Blatt, um jetzt hier die Struktur zu übertragen. Achte darauf, dass du den Ton allerdings nicht zu blatt rollst. Sobald das Blatt schön auf dem Ton aufliegt, nimmst du ein kleines Messer und schneidest jetzt die Form anhand deines Blattes zu. Damit sich das Blatt auf dem Ton gut ausrollen lässt, solltest du Blätter benutzen, die noch ein bisschen frischer sind, also noch nicht zu getrocknet sind. Die könnten sonst ein bisschen wellig sein oder auch beim Aufrollen krümeln. Besonders schön für Schalen sind natürlich größere Blätter. Ich benutze hier sehr gerne Ahornblätter, einfach weil die auch eine sehr schöne Form haben. Du kannst aber auch kleinere Blätter machen und diese als Tischdeko verwenden oder zum Verzieren von anderen Objekten. Ich lasse auch hier den Stiel am Blatt dran und übertrage den mit. Ich finde, es gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr natürlichen Ton und dann nimmst du vorsichtig das Blatt ab. Wie du siehst, hat sich die Struktur deines Blattes jetzt schön auf den Ton übertragen. Die Ränder des Blattes sind jetzt noch so ein bisschen ausgefranst. Hier nimmst du ein kleines bisschen Wasser an deine Fingerspitzen, wirklich nur ganz wenig und schleifst damit so ein bisschen die Ecken glatt. Benutz aber wirklich nur wenig Wasser, weil sich sonst der Ton noch mal verformen könnte. Anschließend legst du das Blatt in eine Schale, die von der Größe so passend zu deinem Blatt ist, dass eine Wölbung entsteht und lässt das Ganze jetzt für zwei bis drei Tage trocknen. Ich mache immer gleich ein paar mehr Blätter, einfach weil wir ja eine gewisse Trocknungszeit haben, wie ich gerade sagte, so zwei bis drei Tage, je nach Größe des Blattes und wir somit eine Pause machen müssen, bis wir die Blätter abschließend gestalten können, mache ich immer gleich ein paar auf einmal, damit sich das Ganze auch lohnt. Hier jetzt zum Beispiel mit einem kleineren Blatt, die kann man wunderbar individuell für die Deko benutzen. Ich benutze die auch manchmal ganz gerne als Geschenkanhänger oder als Fensterdeko und auch hier siehst du das Vorgehen ist dasselbe. Wir übertragen die Struktur, schneiden das Ganze zu und formen dann die Kanten mit ein bisschen Wasser nach. Wenn du die Blätter aufhängen möchtest, dann ist es sinnvoll noch im nassen Zustand mit einem Zahnstocher, ein kleinem Loch in den Ton zu machen. So trocknet das bereits durch und du kannst an dieser Stelle das Blatt später mit einer kleinen Schnur oder einem Stück Draht aufhängen. Ich benutze solche kleinen Deko Blätter zum Beispiel ganz gerne an der Fensterdeko oder auch als Anhänger von einem Geschenk. Während ich dir hier jetzt nochmal eine Schale mit einer anderen Blattform zeige, noch ein paar Infos zum lufttrocknenden Ton. Manche haben jetzt einfach nicht die Geduld, den zwei bis drei Tage trocknen zu lassen und fragen sich jetzt vielleicht, kann ich da nicht auch nachhelfen? Was ist zum Beispiel, wenn ich jetzt den Ton doch in den Backofen gebe und erwärme oder auf einen Heizkörper stellen? Das solltet ihr nicht machen. Denn wenn der Ton zu schnell trocknet, dann kann er rissig werden und bricht und dann wäre die ganze Arbeit umsonst. Der lufttrocknende Ton ist tatsächlich so konzipiert, dass er an der Luft austrocknen soll und das dauert einfach seine Zeit. Wie gesagt, je nach Dicke vom Material und nach Größe der Fläche müsst ihr euch da einfach zwei bis drei Tage gedulden. Ihr könnt den Trocknungsverlauf beobachten. Zu Beginn seht ihr, dass der Ton gleichmäßig feucht ist und mit der Zeit zieht sich die Feuchtigkeit zurück. Meistens beginnt das Ganze an den Außenrändern, die dann schon heller sind als die Stück Mitte, die einfach dann noch feuchter und dunkler zurückbleibt. Lasst das Ganze so lange trocken, bis der Ton wirklich vollständig wieder weiß ist. Dann ist nämlich auch die Schale fertig geformt und hart und dann könnt ihr diese weiterverarbeiten. Anmalen, lackieren etc. Eine weitere Frage, die sich häufig stellt, ist das denn auch für den Außenbereich geeignet? Da auch eine ganz klare Antwort, nein. Lufttrocknende Tonmasse darf nicht mit Feuchtigkeit in Verbindung kommen, sonst könnte sie sich nochmal in der Form verändern. Das heißt, wenn ihr die Schale zum Beispiel in einem Raum wie dem Badezimmer oder so stellt, wo eine höhere Luftfeuchtigkeit herrscht, dann müsst ihr die Schale unbedingt lackieren. Da gibt es Schutzlacke, um den Ton wasserabweisend zu machen. Aber wie gesagt, am Ende ist das auch nur wasserabweisend und nicht wasserfest. Also daher jetzt nicht für die Außendekoration geeignet, sondern definitiv eine Deko für Indoor. Nachdem unsere Blätter jetzt schön durchgetrocknet und fest sind, können wir uns daran machen, diese zu bemalen. Ich benutze hier Acrylfarbe und zwar habe ich mich hier für ein Set in Metalliktönen entschieden und mir hier die Naturtöne rausgesucht. Das heißt, ich arbeite hier so ein bisschen mit Bronzefarben und auch goldfarbenen Tönen, um mein Herbstlaub schön leuchtend, aber auch in den Naturtönen möglichst authentisch zu gestalten. Die Deko ist so wirklich schlicht, könnt ihr es super auf dem Tisch kombinieren. Ich benutze das tatsächlich nicht nur im Herbst, sondern vor allem auch so die goldenen Schalen noch bis in die Weihnachtszeit hinein. Ich stelle dann einfach eine kleine Kerze hinein, dekoriert das Ganze ein bisschen weihnachtlicher mit Tannenzweigen statt Deko-Kürbissen oder so. Und dann könnt ihr diese Deko wirklich noch sehr, sehr lange benutzen. Beim Lackieren jetzt hier einfach darauf achten, dass ihr alle Stellen auch wirklich diese Adern gut ausmalt. In der Regel braucht ihr je nach Farbe zwei Anstriche. Da das Blatt gewölbt ist, kommt ihr auch nicht drumrum und müsst auch die Unterseite lackieren. Das mache ich aber immer in einem zweiten Durchgang. Wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, ist das Ganze jetzt nicht wasserfest, außer ihr lackiert das Ganze anschließend noch mit einem entsprechenden Acryl-Schutzlack. Den einfach noch zum Abschluss oben auftragen. Dann ist die Schale oder das Deko-Blatt tatsächlich wasserabweisend und kann auch mal mit einem feuchten Tuch abgerieben werden oder auch in Räumen wie dem Badezimmer platziert werden. Macht sich da zum Beispiel nämlich ganz schön als kleine Schmuckschale. Und dann seid ihr auch eigentlich schon fertig und könnt eure Deko ganz individuell zum Verzieren und Gestalten in eurer Wohnung benutzen. Das war's für heute von mir. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Wenn ja, lass mir doch sehr gerne einen Kommentar oder einen Daumen hoch da. Abonniere meinen Kanal, wenn du magst, denn dann verpasst du kein weiteres Video. Und wir sehen uns in Kürze hier wieder. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf.